Das Badentreffen ist vielleicht das kulturelle Highlight in Nürnberg. 220.000 Besucher waren in diesem Jahr da. Dabei hat Nürnberg 540.000 Einwohner. Das zeigt, wie bedeutend das interkulturelle Musikfestival ist. Und noch eine beeindruckende Zahl. Solche Veranstaltungen wie auch das Classic Open Air und die Blaue Nacht ziehen pro Jahr 650.000 Menschen an. Veranstaltet werden sie vom Projektbüro, das zum Kulturreferat der Stadt Nürnberg gehört. Weil die Stadt aber dringend sparen muss, wird auch hier der Rotstift angesetzt. Und in dieser Zeit hat Elisabeth Hartung die Leitung des Projektbüros übernommen. Seit 1. Juli ist sie im Amt und jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Frau Hartung. Wie war denn jetzt die erste Zeit? Die war wunderbar. Sehr erlebnisreich, voller Kultur, voller toller Begegnungen mit Menschen hier in Nürnberg. Und ich hatte einfach das Glück, auch tatsächlich im Sommer hier zu starten. Auch diese Kultur, die ja in Nürnberg wirklich sehr gut verankert ist in der Stadtgesellschaft und auch in der Geschichte, dass ich die auch weiter in die Zukunft führe. Und dafür sorge, dass wir weiterhin auch für die Öffentlichkeit, für die Stadtgesellschaft Projekte machen, die in Nürnberg wirken, aber auch über Nürnberg hinaus wirken. Jetzt sind Sie trotzdem, wenn wir noch mal kurz zu diesen Sparmaßnahmen kommen, in diese Zeit reingekommen, wo trotzdem ja eher erst mal geschrumpft wird und erst mal geguckt wird. Manche Veranstaltungen nur noch alle zwei Jahre und so weiter. Wie bewerten Sie das als jetzt Leiterin des Projektbüros? Klar, machen wir uns nichts vor. Es gibt schönere Starts, ja, sozusagen, wenn jemand kommt und man bekommt mehr Geld. Das ist gar kein Thema. Aber nein, es ist die Realität. Und ich sage es auch tatsächlich, auch mit meinem Team, wir haben uns da auch drüber ausgetauscht, das ist auch immer eine Chance. Also zum Beispiel, Sie haben konkret die Blaue Nacht auch angesprochen. Das heißt, auch mal zu schauen, es ist ja ein Erfolgsmodell für Nürnberg, die jetzt seit 2000, also schon fast 25 Jahre, 23 Jahre hier in der Stadt jährlich zu erleben war. Aber auch noch mal nachzuschauen, die Zeiten haben sich verändert, die Generationen haben sich verändert. Wie können wir vielleicht auch noch mal nachjustieren und schauen, wie können wir das, was hier schon so gut und erfolgreich ist, vielleicht auch noch besser machen. Einige Veranstaltungen kommen in diesem Sommer ja auch noch. Auf was dürfen wir uns da noch freuen in Nürnberg? Ja, nach diesem Sommer voller Klassik-Open-Air und Sie haben es schon angesprochen, auch Badentreffen und es waren, gerade beim Badentreffen war das ja auch wirklich wieder ein Publikumserfolg, haben wir tatsächlich jetzt auch noch zwei Festivals. Das ist jetzt dann im September. Einerseits beginnt am 8. September das Mauerblümchen, ein Festival der Widerstandsfähigkeit. Das ist ein wirklich experimentelles und auch einmaliges Format, was das Projektbüro dieses Jahr auch mit staatlichen Fördermitteln auf die Beine gestellt hat. Und da gehen wir direkt in den Stadtgraben an die Stadtmauer, ausgehend von der Königstorpassage, finden also zwei Wochenenden lang zahlreiche Kunstinstallationen und Veranstaltungen statt, die sich immer auch mit dem Klima in unserer Stadt befassen. Also nicht nur mit den Auswirkungen des Klimawandels, sondern eigentlich auch mit dem sozialen Klima. Und da sehen wir auch, es gibt in Nürnberg wahnsinnig viele Initiativen, auch aus dem Kulturbereich, die sich sozusagen auch mit kreativen und partizipativen Projekten auch an die gesamte Stadtgesellschaft wenden. Und dafür ist dieses Mauerblümchen-Festival sozusagen ein neues Format. Und dann eine Woche später, am Wochenende später, kommt wieder ein sehr etabliertes Format, schon die Stadtverführungen, die in diesem Jahr das Motto Schlüsselerlebnisse haben. Also auch wieder so ein Wortspiel, so in über tausend Einzelveranstaltungen können Nürnbergerinnen, aber auch Gäste erleben verschiedene Orte in dieser Stadt, aber auch Menschen und Persönlichkeiten, die dann die Schlüsseln oder die Türen öffnen, eigentlich zu besonderen Orten. Und man kann sich einfach auch nochmal ein Bild machen von dieser Vielfalt und dieser Diversität und auch dieser Geschichte der Stadt. Das sind zwei konkrete Projekte noch für dieses Jahr. Vielen Dank für den Ausblick und den Einblick in Ihre Arbeit, Frau Hartung. Wir sind übrigens auch dabei bei den Stadtverführungen. Da können Sie einen Blick hinter die Kulissen unserer Studios werfen.